Damit das hier auch mal losgeht, ja Hubi ist ja gut, ich weiß du hast ADHS. Ich hab dich auch gern, Arschgesicht. Wie du hast mich gern, oh mein Gott, ich muss mich sofort umbringen, ich stürze mich in den Freitod. Nein, ich bräuchte... Du Sackrat, ey, komm gleich rüber und beiß dich. Ja, ja, bla bla bla. Wie meine Mutter macht bla bla bla. Einen Stuhl stell ich noch kurz hier auf, bevor ich wieder sonst... Warum hab ich denn so viele Spiky Balls dabei? Goblin Armee das letzte Mal? Ach du Scheiße, ja. Warte, dann baue ich den Stuhl mal kurz da, da, hier irgendwo hin. So, was machen wir denn jetzt, ihr feinen Meister? Ey, wo ist denn die Knorke? Ich hab hier noch einen Schattenschlüssel über. Ich bin grad am Autobahn bauen. Du machst Autobahn und ich wollte eigentlich mal da oben, um da oben mal weiterzumachen. Da kann mir der Hubi eigentlich helfen. Weil da oben gibt's ja... Habt ihr irgendwo noch... Baumaterial ist in einer von den Kisten. Ich baue ganz einfache Steine oder irgendwas. Echt? Warte mal, ich schmeiß mal ein paar runter, ich hab eh viel zu viel. Ne, ich brauche jetzt oben. Ne, ja, in ein paar Kisten müsstest du eigentlich Zeug finden. Irgendwo hinten in unserer Lagerstätte. Schau ich mal. Ich hab nur noch, äh... Speckblöcke. Da wachst immer dann, wachst das Zeug drauf. So. Dornen. Ich brauche noch Leder. Also sprich das, was man aus diesem verderbten Fleisch herstellen kann. Also entweder verderbtes Fleisch oder Leder. Da hab ich nichts... Oh Gott! Rotten Chunk? Ja, ja, genau davon brauche ich ganz ganz viele. Okay, hab ich eh nur... nur 28. Das ist super! Ah ja, dann... Kannst du mir gerne in ne Kiste schmeißen in meinem Räumchen, wenn du magst. Mhm. Das wär super lieb, super nice, super cool. So, Evans... Gehst du rechts oder links lang? Ich geh rechts lang. Gehst du links lang? Äh... Ja... 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 Kann ich bei uns. Die Höhe heißt ja nicht, dass wir was finden, ne? Wobei ich hab's von der einen Insel zur nächsten... Mit ein bisschen Glück. Ich schmeiße... Ich schmeiße die hintere. Alles klar. Danke dir! Bitte bitte. Ah, es schneit schon wieder. Ah, hallo an der Harp hier. Die nerven, die Viecher. So, Fletch. Da kann man nicht in Ruhe bauen hier. Das ist total scheiße, ist das. Ich mach mal kurz das hier... Das darf... Nein, jetzt hier... Ach, Mann. Ach, jetzt... Bug ist neu. So. Klick, klick, klick. Und dann aber das... Nein! Das wollte ich doch gar nicht bauen! Mann! Jetzt kommt jetzt diese scheißblöde Harp hier! Ich weiß nicht, was er macht, aber es hört sich schon wieder sehr, sehr... Halt dein Lapp! Ne? Ja, doch! Aua! Ja. Treibt sie mit Harp hier rum. Boah, Harp hier am Arsch, ey! Ich mein, ich mag ja Valleys und so, aber Harp hier sind mal keine Valleys. Das sind einfach nur... Ja, was denn Valleys mit dem Frauenkörper? Hat doch was! Die sind niedlicher, die machen Quietschgeräusche und sind frech. Die schießen nicht irgendwelche Federn auf mich und versuchen mich hier runterzuschubsen. Wobei, das geht ja nicht mehr. Hallo, Facecam! Ähm... Ich muss schon wieder eine Harp hier. Wapp! Zwei! Pff, pff, pff! Wir haben einen Reden Moon, by the way. Wir haben einen Roten Moon? Schon wieder? Nö, haben wir nicht. Wir sind nicht rot! Wir sind nicht rot! Rötlich aus dem Mond. Es gab keine Narbe. Dementsprechend gibt's keinen roten Mond. Es sei denn, du hast deine Tage schon wieder. Hm. Hast du deine Tage? Knauze! Dinge, die ich nicht wissen will. Keine Sorge, kannst du einfach Hubi fragen, der hat bestimmt noch einen Tampon irgendwo in Männergröße. Ohohohoho! Komm! Stopp! Da hab ich fast nen Abgrund gesprungen. Wie der André halt nicht kann, weil er Game of Thrones gucken muss. Game of Thrones. Wo Game of Thrones doch schon letzte Woche zu Ende war. Also Montag. Unglaublich! Ich hab die letzte Folge immer noch nicht gesehen. Puh! Ah, die war nicht so gut wie die. Also sie war gut, klar. Aber die vorletzte konntest du nicht toppen. Genauso wie beim letzten Staffel schon die vorletzte natürlich die heftigere von beiden. aber. Die war halt so, ja, also netter Cliffhanger wie immer. Ey, jetzt bepisst euch, ihr blöden kleinen Drecksviecher. Ich will hier bauen, verdammte Axt nochmal. Aber heißt das Harpin eigentlich nicht, dass hier oben irgendwo eine Insel über mir drüber sein könnte oder drunter? Könnte. Da war doch mal irgendwas. Ich baue hier mal kurz hoch. So. Es gibt übrigens Trick 17. Wenn man hochbauen möchte, stellt man sich oben drauf und macht dann diesen hier. Achso. Ey, warte mal, der andere Trick war der hier. Der Kralle. Höher. Höher. Noch höher. In die Höhe schieße ich meinen riesigen, breiten, großen Stein. Ich raus. Turm. Der ist so hart und lang. Jetzt reicht's hier, blöden Drecksviecher, ihr. Renne. Warte ich lang. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass Meid das nachher umso aussehen lässt, als ob das ein weniger Fall uns wäre? Ey. Das wäre mir zu viel Arbeit. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche blöden Drecksviecher ankomme. Schon wieder eine. Sag mal, hau ab jetzt hier. Geh weg. Vier Stück? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Sex gibt's heute nicht. Tschüss. Geh zu Hubi. Ich hab meine eigenen. Das ist so scheiße. Diese Drecksviecher, komm mal andauerns. Ich gloriere die jetzt einfach. So, warte mal hier. Kommt ja nie wieder weiter. Äh. Achso, Kralle. Ja. Die machen so wenig Schaden. Jetzt regeneriere ich ja bis dahin, bis ich... Oh, da fehlen Steine. Steine, da. Ja, ja. Äh, 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 äh. Ich bin immer noch in der roten Gruppe. Also, hier oben ist irgendwie... Nichts. Außer Harpien. Moment. So. Da ist er. Der Hühnerschrecke. Ich bin kein Hühnerschrecke. Was hat denn eigentlich... Du mit der Hühnerschrecke immer. Da fuck. Ich hab zu viel Werner geschaut früher. Du bist Werner. Oh, ich bin oben angekommen. Also wirklich oben angekommen. Weee. Ich sprenge. Und das du, der Meister. Na ja, Röhrig. Ja, ja. Gas, weiß er scheiße. Also, da oben war auf jeden Fall keine Insel. 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 Aber auf derselben Höhe? Ja. Sehr schön. Dann hab ich's doch richtig gemacht. Dann baue ich einfach mal nach rechts. Dann hoffen wir, dass in der Kiste vielleicht noch ein Hufe-Eisen drin ist. Hast du schon eins? Nein. Dachte, du hättest schon eins. Nein. Das ist das, was mir fehlt, das, was ich die ganze Zeit suche. Dann müssen wir zur Not doch mal unter Wasser gehen. Aber ich hab leider die Schwimmflossen noch nicht. Können wir die nicht kaufen? Oh, Wasser. Scheiße. Äh. In Dungeons gibt's halt auch keine neuen Sachen. Wir müssten runter in die Hölle, glaub ich, für die blöden. Mit dem Schattenschlüssel, den wir haben. Den einen. Wir haben Schattenschlüssel. Ja, einen hab ich. Und einen oder zwei hast du, glaub ich. Ich hab zwei. Das heißt, den zweiten, den hab ich vorhin bei mir in die Truhe gepackt. Wir könnten rein theoretisch schon rüber. Äh, runter. Könnten wir... Ich baue noch ein bisschen nach rechts und dann komm ich wieder zurück. Moment. Machen wir grad die blöden Haarpin wieder weg. Die mir nerven grad wieder so ein bisschen. Fletch. Und dann würde ich sagen, geh mal wirklich mal runter. Gunther. Runter zum Gunther. Nein, den Gunther gibt's nicht mehr. Den hab ich schon gefressen. Ah, schon wieder keine Steine mehr. Oh, das ist so... Blöde Drecksbücher. So, weg. Aber die Haarpin-Feder brauchen wir ja auch irgendwann für irgendwas. Zum Beispiel für Flügel, glaub ich. Oder? Jo. Ich mein schon. Als Zusatz. Also mit dem Pixie-Dust und dem ganzen Kram mit dem Hard-Mode. Oh yeah. Rat mal, was ich grad gefunden hab. Einen Hufeisen? Ja. Sag ich doch. Die gibt's halt in der Regel wirklich hier oben. Such mal weiter nach rechts. Äh, links. Kann ich. So, jetzt ist die auch wieder weg. Die bleibt ist da liegen. Ist egal. Ich muss 2. Haarpin 240, 247 zu verbauen. Äh, aber ich weiß, was wir noch machen wollten. Was denn? Magrub-Pumpen. Ja, ja. Aber dazu brauchen wir halt... Money, Money, Mala. Money, Money, Money. Die Leitungen sind doch so teuer. Kannst mal gucken, was den Kriegs kostet. Äh, was wir machen könnten ist, äh, den Abbauschlüssel kaufen von der alten und dann ab in den Dungeon. Das könnte man machen, ja. Überhaupt nicht. Da sind jede Menge, da sind ja jede Menge Dings, äh, sagen wir auch, ähm, Fallen. Ja, Fallen sowieso, aber Kabel brauchen wir halt. Ja, durch die Kabel sind da halt die, durch die Fallen sind da jede Menge Kabel. Ja. Kann man gleich machen. Ich geh nochmal mein Rest hier Steinzeugs hier verbauen, das ist nicht mehr so viel. Wenn die Haarpin mir nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen würden. Immer wenn ich sie schieße, kommen sie direkt wieder. Können sie auch direkt sein lassen. Oh, soll ich mal einen Heiltag nehmen. So. Blödes Drecksviech, Elendes. Kommt die eigentlich nur nachts oder kommt? Ne, kommt glaube ich immer, auch tagsüber. Immer. Wie vermehren die sich eigentlich noch als Frauen? Ja gut, die legen Eier, aber wer befruchtet die dann? Fragen über Fragen. Wer befruchtet die Haarpin-Eier? Heute bei Mad Mike in der Sitzstunde. Vielleicht sitzt der Hubi sich dann nachts immer drauf. Fragen, die die Welt nicht braucht. Stimmt, die Frage würde ich echt nicht brauchen. Oh, aber der Last of Us ist so genial. Ich hätte sehr gerne mit mehr als nur einer Zuschauerperson gespielt. Ist großartig. Der letzte von uns. Ja, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Let's Plays anzugucken, wenn man es selber nicht hat. Das ist schon ein ordentlich guter Spiel. Ich bin gleich fertig. Noch 9, 8, 7, 6, immer noch keine Insel gefunden. 2, 1, hab glaube ich keine Steine mehr, oder? Ja, 1, 80 hab ich noch. Okay, die verbaue ich jetzt auch noch, wenn ich schon dabei bin. Piss dich, blödes Haarpin-Drecksvieh. Mano. Geht so, Hubi, der will spielen. Ich hab selber 3 davon. An euch rumspielen. Oh, schon wieder welche. Auch 3. Jetzt so Wolf. So Katze werd ich, weil Vögel und so. So, alle weg, alle 3. Nur Mike, du siehst doch was falsch. In deinem Fall bist du Silvester und die Vögel sind Viti. Was passt so? Ich brauch auch gar nicht schnurren. Ey, der schnurrt nicht. Ich soll grad irgendwie so ein Katzenkochen. Da spricht der Koch aus dir. Döndön. Jetzt hab ich aber nur noch 5 Stück und dementsprechend komm ich dann gleich rüber. Es ist ja gut jetzt, ich bin ja schon gleich tot. Mein Gott. Hopp ab, blödes. Mist. Gedöns hier. Liebe Kinder. Keine Macht den Harpien. So, fertig. Hieberinder. Hieberinder? Rindergarten. Rinderwahnsinn. Den haben manche Menschen hier auf jeden Fall. Ja. So. Dann gehen wir mal raus hier. Tut tut, ich glaub die Eisenbahn. Freie Bahn für Mad Mike Bahn. Oder Mad Mike Bahn. Ja, Rinderwahnsinn. Soviel zu dem Thema. Das Gute ist, du kannst nach links weiter bauen. Richtig? Dann haben wir nämlich noch eine Obergrund Autobahn. Ich bau ja nach links gerade. Ne, ne, ich meine hier den No Aim, No Pain. Ah, okay. Ich hab auch nichts mehr. Ja, dann springen wir da halt dann gleich runter. Du kannst ja eh runter springen, kannst du das Hufeisen. Äh, ne noch nicht, ich hab's noch nicht ausgerüstet. Achso, wegen der Kombination. Gibt's das Hufeisen in Kombination? Jaja, ich brauch glaub ich gleich noch einen Obsidian-Schädel manchmal. Achso, wir brauchen ja noch vorher den Schraubenschlüssel. Dann komm ich doch mal erstmal ganz normal runter. Ich hab ja ganz schön weit nach rechts gebaut, sehe ich gerade. Ich bin ganz schön am Laufen hier. Meine Füße brennen schon. Aber dann kann ich mir noch das Höschen von meiner Ausrüstung machen. Das ist cool. Was hast du denn jetzt eigentlich an... An was? Ein Höschen. Achso, ich hab mir... Ne, was für eine Brust hast du denn da an? Das ist Vanity-Item. Mike trägt Brüste. Interessant. Das ist ein Vanity-Item, du Schatzel. Ja, Vanity-Item. Extra Brüste. Extra groß. Ja, gibt's die. Mike Brüste. Das ist aber nur ein... Warte, warte, welche Kiste hast du dir gepackt? Ah, die letzte. Alles klar, alles klar. Ich konnte nur grad gucken. Danke, Knirke. Da sind wir dir gestrichen. Büdüdüdüdüdüdü. Und... ich glaub irgendwie könnte dann noch... So... Also das mit der Beschreibung stimmt nicht so ganz, aber ist egal. Fünf Leder nur. Aaaaah, gebraucht noch viel, viel mehr von nem rotten-Junk. Vielleicht haben wir da noch was in den anderen Kisten drin. gucken. Nein, nein, nein. Die sind eh leer. Ne, aber jede Menge andere Kram. Druckplatten zum Beispiel, die wir eh brauchen werden. Rüstung. Ist auch nichts großartig drin. Hier gibt es noch jede Menge Baumaterial. Da nehme ich noch mal ein bisschen was mit nachher für oben zum Bauen. Ah doch, da. 33 Rottenjunk. Ich wusste doch, dass wir noch ein bisschen was haben. Irgendwie tut mir in den Ohren weh. Du-du-du-dac-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Mama Irgendwann schlau dich immer rausschalten? Das geht. I cried. Seid ich beneuten. Ist das eigentlich Holzen? Das ist nur Suchlas. Du bist nicht Peterlustig so. So Lustig bin ich. So, Peterlustig ist das auch so nicht. Dann bist du doch erst recht nicht Peterlustig. Eskena ist bitte nicht Peterlustig. Deine Mutter ist Peterlustig. Nicht lustig. So. Was krastet denn der komische Schlüssel überhaupt? Moment, brauchen wir die Wrench, Wirecutter oder brauchen wir beides? Wir brauchen die Wirecutter zum Abbauen und die Wrench nachher zum Setzen. Dann nehme ich mir nochmal 4 Gold mit. Bitte nur 3 Gold, ich habe ja noch 1. Kaufen wir ja gerade mal kurz beide. So aus muss man ja nicht nur rumschleppen, denke ich mal. Einmal, zweimal. So, habt ihr 2. Ne, brauchen wir. So, und ich mal wieder mit meiner üblichen Frage. Haben wir noch Obsidian? Obsidian? Ich habe keine Ahnung, ob wir noch Obsidian haben. Obsidian. Zumindest finde ich mal wieder keins, ey. Das ist doch klum. Fischbowl, tun wir auch mal da rein, dann brauche ich mich auch noch. Die muss ich auch noch sammeln, die brauche ich mich auch. Maschum und so weiter, ja komm ja. Hab da. Wüsste doch, wir hatten noch welche. Gut, dann nehmen wir mal die Untergrundbahn. Auf in den Dungeon Auf in den Dungeon